ja da ist auch ein akku guck ja da hast du die einen für nachts ist natürlich geil ja aber ich habe gehört zwei drei stunden das wäre in krefeld verboten aber ich finde das toll was du da mal das ist übrigens auch verboten ich war da mir trotzdem rum das ist verboten mit pies ja nicht ein piece sondern eine große fahne die fahne eventuell auf autoscheiben wehen könnte aber dass autos sogar an einem vorbeifahren dass sie einen immer platt fahren das ist erlaubt